Ja, mein Name ist Hans Martin Kelitz. Ich bin in Leipzig geboren 1932, also heute zur Zeitpunkt der Aufnahme, 83 Jahre alt. Ich bin also ein Ur-Leipziger und ein Ur-Sachse, was man natürlich ohne weiteres auch an meiner Sprache hören kann. Ich lebe seitdem hier in Leipzig und lebe in meinem Elternhaus. Mein Vater hat 1935 dieses Haus hier in Golis gekauft, in der unsere Familie groß geworden ist und in der meine jetzige Familie immer noch lebt und wohnt. Wer, wie ich die Lebensumstände der DDR-Bürger nach dem Mauerbau erkennt, kann meine Gefühle vor und während und nach meiner Dänemarktreise 1965 wirklich verstehen. Dass es mir damals zudem gelang, meine Freunde in der Bundesrepublik zu besuchen, gab zu dieser Reise noch eine besondere Note. Leider konnte ich bis zur Friedlichen Revolution außer meiner Frau niemandem von dieser Reise erzählen. Anfang der 60er Jahre besuchte mich einige Male ein Herr Petersen von der Firma Europe Meal aus Daugard in Dänemark. Ich hatte unser Unternehmen in das große Messerverzeichnis der Exportbetriebe der DDR eintragen lassen, obwohl wir bis dahin noch keinerlei Auslandskontakte hatten. Petersen aber hatte unsere Firma dort gefunden. Er hatte schon längere Zeit Geschäftsbeziehungen mit der DDR und war Generalvertreter für Elektromotoren und Getriebemotoren aus der DDR-Produktion für Europa. Er sprach leider kein Deutsch und ich natürlich kein Dänisch. Somit war ich gezwungen, meine fast verschütteten Englischkenntnisse aus der Schulzeit an der Wirtschaftsoberschule auszugraben. Obwohl die Schulzeit schon über 20 Jahre zurück lag, kam es doch zu einem ganz passablen Gespräch, denn auch für meinen Gesprächspartner war ja Englisch eine Fremdsprache. Und er hatte damit ein geringeres Vokabular als in seiner Muttersprache. Wir fachsendeten über die Fertigung künstlicher Mühlsteine, über Materialarten und deren Lieferanten. Wir bezogen ja auch einige Materialien bei den gleichen Lieferanten aus Holland, Österreich und Jugoslawien. Wir sprachen auch über Möglichkeiten von Mühlsteinlieferungen von unserer Firma nach Dänemark. Im Ergebnis dieser Gespräche erhielt ich eine Einladung nach Dänemark, um weitere Einzelheiten einer möglichen Geschäftsbeziehung zu besprechen. Meine Erinnerung ist es, 1965 saß der Schock des Mauerbaus und der Abriegelung zum Westen noch in allen Gliedern. Ich sollte ins kapitalistische, feindliche Ausland fahren? Die Vorstellung einer solchen Reise war zu dieser Zeit etwa so utopisch wie eine Reise zum Mond. Mit dem mir eigenen Optimismus beschoss ich, einfach einen Versuch zu wagen, eine Ablehnung hätte mich nicht sehr geschmerzt. Die erste Hürde war unser wirtschaftsleitendes Organ, der Wirtschaftsrat des Bezirkes Leipzig als meine direkt vorgesetzte Behörde. Dort fand ich relativ schnell offene Ohren, weil eine solche Reise bestand doch die Chance auf einen Export zur Erwirtschaftung von harten Dänemark oder dänischen Kronen. Das war erst der Anfang der bevorstehenden Odyssee. Das größte Problem bestand darin, dass die DDR damals von den meisten westlichen Ländern noch nicht anerkannt war. Es galt überall noch der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für alle deutschen Gebiete, einschließlich der DDR. Der DDR-Reisepass hatte deshalb nur für die Länder des Ostblocks Gültigkeit. Bei Reisen in westliche Länder, wie zum Beispiel Dänemark, galt der Pass nur bis zur Grenze und das DDR-Visum berechtigte nur zum Übertritt über diese Grenze. Für alle Reisen in westliche Länder war das Elliott Travel Office in Westberlin zuständig. Dort musste man einen gesonderten Reisepass beantragen, denn nur mit diesem Pass war dann die Beantragung eines Visums für Dänemark möglich. Zum Besuch von Travel Office und dänischer Botschaften mussten wir die DDR-Behörden jeweils Tagesausweise zum Grenzübertritt nach Westberlin ausstellen. Mit der S-Bahn konnte ich zwar für Ostgeld nach Westberlin fahren, die DDR-Behörden mussten mir aber noch dann auf jeden Fall aus Westberlin, führt die Fahrt aus Westberlin zurück in Berlin 20 Pfennig West-Umteilung. Das alles war natürlich mit einem unglaublichen Formular- und Genehmigungsaufwand verbunden. Wie viele Formulare ich insgesamt ausfüllen musste, weiß ich heute nicht mehr, aber es waren viele. Da es mir zwar direkt, zwar weder verboten, noch erlaubt war, besuchte ich zwischendurch eine Großtante in Westberlin, wo ich natürlich großes Aufsehen erregte, als ich plötzlich unüberraschend vor der Tür stand. Dieser Besuch war insofern wichtig, als wir dort noch Deutsche Markte deponiert hatten und ich einiges davon nach Dänemark vorausschicken konnte. Wenn es auch nur jeweils Kurzabenteile in Westberlin war, ein Gang über den Kurfürstendamm zu dieser Zeit und unter diesen Bedingungen war schon für mich ein besonderes Erlebnis. Bedanklich rechnete ich immer noch mit dem Scheitern meiner Bemühungen und vollzog immer wieder die noch neu vor mir liegenden Schritte. Auch im DDR-Ministerium für Außenhandel konnte ich letztlich nur mit der Hoffnung auf ein Geschäft in harter Währung punkten und da die Funktionäre von der Notwendigkeit meiner Reise überzeugten. Nach vielen Berlin-Verhandlungen, schwierigen Verhandlungen und Bewältigungen eines enormen Papierkriegs hatte ich doch wirklich eines Tages all die notwendigen Papiere und Stempel beisammen. Wie ich später in Dänemark erfuhr, waren auch die dänischen Sicherheitsbehörden nicht untätig geblieben. Mein Partner Pettersen musste genau Auskunft darüber erteilen, wer da und warum nach Dänemark einreisen wollte. Für die Reise bekam ich pro Tag 30 D-Mark bzw. entsprechend dänische Kronen umgetauscht und hatte nun offiziell die Genehmigung, die DDR für die Dauer von einer Woche zu verlassen. Ich fuhr nach Berlin und dann weiter mit dem Schnelltriebwagen Warnemünde geht's nach Kopenhagen. Ab Warnemünde war der Zug fast leer und ich erlebte eine intensive Kontrolle der Passagiere und der Waggons. Selbst die Wagenunterseiten wurden mit Spiegel untersucht und von Hunden beschnüffelt. Noch immer bewirschte ich, noch in letzter Minute an der Weiterfahrt gehindert zu werden, aber anscheinend waren meine Papiere in Ordnung und im weiteren Verlauf meiner Reise stand nichts mehr im Wege. Erst auf der Fähre und einige Seemeilen vom DDR-Ufer entfernt hatte ich das Gefühl, jetzt hast du es geschafft. Jetzt kann keiner mehr kommen und dir die Reise verbieten. Was war das für ein Gefühl? Am liebsten hätte ich meinen Küksfügel laut aufs Meer hinausgeschrien, aber ich beherrschte mich und nahm als Abendbrot das überall kräftige sogenannte Smörbrot zu mir und trank den einen oder anderen Schnaps dazu. In Kopenhagen hatte ich mich mit Minister Pedersen verabredet und traf ihn auch pünktlich in dem Hotel, in dem ich auch übernachtete. Am nächsten Tag fuhren wir dann mit seinem Auto teilweise wieder mit einer Fähre hinüber nach Jütland in das kleine Städtchen Daugart. Ich wurde dort auch von Frau Pedersen und dem Sohn des Hauses sehr freundlich begrüßt und genoss alle Vorzüge eines äußerst gastfreundlichen Hauses. Die Pedersens betrieben ein gut gehendes Familienunternehmen und beschäftigten ca. 50 Mitarbeiter. Man baute unter anderem Schrotmühlen in den verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl als Steinschrotmühlen als auch Schlagkreuzmühlen. Die Erzeugnisse wurden zum großen Teil exportiert, hauptsächlich in Afrika, Vorderasien und Südamerika. Wir hatten viele interessante Gespräche und tauschten uns über die technischen Einzelheiten der Mühlsteinfertigung und des Mühlenbaus aus. Meine Offenheit, Herrn Pedersen in Leipzig unsere Fertigung besichtigen zu lassen, zahlte ich jetzt auch in Dänemark aus. Ich durfte sogar ins Allerheiligsten des Herrn Pedersen an Eindringen und Versuchswerkstatt Labor besichtigen. Gemeinsam beschlossen wir, zunächst eine Probelieferung Schrotmühlsteine verschiedener Abmessungen von Leipzig nach Dänemark zur Erprobung zu schicken und uns weiter über Materialeinkäufe und andere technische Einzelheiten gegenseitig zu informieren. Wie schon gesagt, wurde ich bei den Pedersens wie ein guter alter Freund aufgenommen und mein Englisch wird mit jedem Glas Whisky besser. Ein ehemaliger Kollege, mit dem ich in den 50er Jahren bei Pedersen-Lübcke Mühlenbauer gelernt hatte, war jetzt bei einer Firma des Großkühlerbaus in Baden-Württemberg beschäftigt. Er hatte mir geschrieben, dass er bei der dänischen Staatsbahn die neuen Diesel-Normomotiven diesen Kühler einbauen und den Probelauf durchzuführen hatte. Ich setzte mich mit ihm telefonisch in Verbindung. Wir trafen uns wieder in Kopenhagen. Insgeheim hatte ich schon länger den Plan, in Westdeutschland überraschend bei meinen alten Freunden aus Leipziger Zeiten aufzuteuern, wenn dies ohne Probleme möglich wäre. Wir suchten die deutsche Botschaft in Kopenhagen auf, ließen uns dort über die Möglichkeiten unterrichten. Ich durfte ja keinesfalls einen Grenzübergangsstempel von Dänemark nach Westdeutschland in meinen Pass erhalten. Da ich als DDR-Bürger aber gleichzeitig ein deutscher Bürger nach Westdeutscher Leser erwarte, wo er auch zufällig ein Passbild dabei hatte, händigte mir die Botschaft einen befristet gütigen Reisepass der Bundesrepublik Deutschland aus. Niemals hätte ich mir vorstellen können, quasi von einer Minute zu angeln, ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Mein DDR-Pass wurde im Tresor der Botschaft bis zu meiner Rückkehr aufbewahrt. Die hier in wenigen Zeilen dargestellten Entwicklungen werden ohne meinen alten Freund, Georg Maler, dem alten Kollegen aus Leipzig, undenkbar gewesen. Allein hätte ich wohl im Fremdenland die auch hier erforderlichen Formulitäten nicht meistern können. Mein Freund nahm mich dann mit dem Auto mit nach Hamburg und setzte mich in den Zug nach Essen. In Essen wohnte Freund Bonko mit seinen Eltern. Mit Bonkos Mutter, Frau Bonkos, gab es noch aus der Leipziger Zeit eine gute Beziehung. Galt sie dort doch als unsere Vizemusie unseres gesandten Freundeskreises. Vom Bahnhof in Essen rief ich meine Familie Bonkos an und erreichte nur eine maßlos erstellte Mutter. Ich wurde aber sofort in die Cecilie-Ree gerufen und freundlich aufgenommen und bewirkt. Bonko war aber zu einem Treffen mit anderen Freunden aus Leipzig in Aschaffenburg, bei dem die alten Hockey-Kumpels Klaus und Monika Bornelait Gastgeber waren. Obwohl die Zeit nun schon langsam zu eng wurde, setzte ich mich in den Zug nach Aschaffenburg. Niemand hatte hier eine Ahnung von dem plötzlichen Anmarsch. Frau Mutter B. hatte mein Eintreffen avisiert und so wurde ich in Aschaffenburg auf dem Bahnhof einer ganzen Truppe ehemaliger Leipziger mit großem Hallo empfangen. Die Wiedersehensfeier bei Bonnus war dann entsprechend, zumal auch noch andere Freunde aus unserer gemeinsamen Leipziger Zeit dort waren. Ich erinnere mich noch an Christian Heid und Manfred Schulze, mit denen ich schon in Leipzig gemeinsam den Kindergarten besucht hatte. Die Tage und Stunden vergingen wie im Transzustand, was nicht nur auf den reichlichen Alkohol zurückzuführen war. Ich lernte dort noch Bonkos Freundin und später erste Ehefrau kennen und erinnere mich noch an einen heißen Flirt mit ihr. Die Freunde legten zusammen und spendierten mir einen Flug Frankfurt-Kopenhagen, was mir einen zusätzlichen Aufenthaltstag einbrachte. Man begleitete mich noch zum Airport und es gab einen tränenreichen Abschied. Keiner von uns wusste, ob und wann wir uns das nächste Mal sehen würden. Tatsächlich vergingen viele Jahre, bis wir in Leipzig die alten Freunde wiedersehen konnten. Ich selbst musste mich bis 1989 gedulden, also ein kleines Menschenleben lang, vom westdeutschen Boden wieder betreten zu können. Zurück in Kopenhagen tauschte ich bei der Botschaft meinen Bundespass wieder gegen den DDR-Pass ein. Man versicherte mir, der Bundespass auf meinen Namen wurde für mich aufbewahrt und stünde mir jederzeit zur Verfügung. Leider hatte ich dann später keine Gelegenheit zum Gebrauch, denn ich kam nie wieder nach Dänemark. Mit den restlichen D-Mark und der dänischen Kronen ging ich in Kopenhagen nochmals ausgiebig shoppen, kaufte besonders die heißbegehren Südfrüchte, Schokolade und Kaffee ein, ehe ich mich in den Triebwagen wieder in Richtung DDR aufmachte. Als ich kurz vor der Grenze nochmal meine Papiere durchsah, stellte ich mit Schrecken fest, dass ich trotz aller Vorsicht die genehmigte Reisezeit um einen Tag überzogen hatte. Als ich spät nachts in Warnemünde wieder DDR-Boden betrat, wusste ich Schwierigkeiten mit der Pascoltrei erwarten. Die Grenzpolizistin schalte sich aber den Pascolt gar nicht genau an, stempelte ihn mit dem Einreisestempel und die Sache war erledigt. Vielleicht war man auch direkt generell froh über jeden zurückkehrenden Bürger. Ich fuhr über Berlin nach Hause zurück, wo ich schon sehnsüchtig erwarten würde. Die Tage und Stunden dieser Reise waren so voller Ereignisse, dass ich Gleiches oder auch nur Ähnliches weder früher noch später wiederholte. Viele Eindrücke konnte ich bei dieser Niederschrift noch gar nicht berücksichtigen, aber sind sich aus meinem Gedächtnis teilweise wie ein Film abrufbar. Das hängt sicher mit den ganz besonderen Umständen dieser Reise zusammen, wie schon erwähnt, vergingen fast 40 Jahre, bevor ich wieder den Boden der alten Bundesrepublik betreten konnte. Das größte Problem nach meiner Rückkehr bestand für mich zunächst darin, dass ich außer meiner Frau Dober niemandem etwas von einer Reise erzählen konnte. Glücklicherweise hielten auch die im Westen besuchten Freunde dicht und erwähnten auch im Briefwechsel meinen Überraschungsbesuch in der Bundesrepublik nicht. Die Diskussion ging tatsächlich bis 1989. Nicht einmal der allmächtige Staatssicherheitsdienst ahnte etwas, jedenfalls fand ich keine Nozids darüber in meiner Akte. Es war wohl die gefährlichste und auch aufregendste Reise meines Lebens. Auf das mit hohem persönlichen Risiko eingegangene Unternehmen bin ich bis heute stolz und allen, die damals zum Gelingen beitrugen, dankbar bis heute. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!